Also was habt ihr euch dabei gedacht, Digga, bist du mir wirklich sicher, dass du 10-0 gewinnst? Lass dich nicht voll, aber die brauchen für das 2023 noch Geschäftsausgaben, das ist voll in Ordnung. Du wirst von zweitem Einknapplern genascht, wir naschen dich so, Digga, das wird so easy. Okay, 25 each dann auch bei uns. Dann mach ich bei Stegi 25 und bei dir 25. Dann machen wir es so, du musst nichts zahlen, ich geb die einfach ab. Du kriegst, was haben wir gesagt, 50-50, dann mach ich 40-10 immer. Kriegst du viel? Geil. Also ich muss nur dir subsgeben, Stegi. Nee, beiden. Falsches Mindset, Hugo, wir müssen niemandem subs geben, wir kriegen ne subs. Hast recht, hast recht, hast recht. Digga, wir schieben uns um. Komm, dann lass, lass, lass vom Mund erzählen. Der hatte schon Fan-Port-Daten dabei, Digga, der hat schon eingegeben bei Stegi. Eben, genau, dann lass uns doch echt einfach 100 machen, dann 50 bei mir jeweils und 50 bei ihm. Hugo, wie soll ich das sagen? Warum, 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 ich stehe dem auf Geld? Ich schwöre, der Stegi hat leider gar nicht. Hä, nein, 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 ich hab auf ihn gesetzt und hab gesagt, Digga, er macht euch fertig. Ich schwöre, wir lesen dich wie ein Buch, du bist, du bist durchschaubar, Reason. Ich hab mir gestern Abend 20 Stunden Gameplay von dir angeguckt, ich weiß, wie du atmet. Digga, du bist ein Fan. 20 Stunden heißt, dass wir 11 gewinnen müssen. Ja, genau. Also, jetzt, no joke. Ihr werdet auf gar keinen Fall gewinnen. Bro, Digga, ich gucke den Stream und bin mit schwindelig beim Gucken, aber, Bro, du... Digga, hör auf, du hast schlechte Karma. Nein, nein, nein. Was denkst du? Hast du mal gesehen, wie ich spiele? Ja, du bist todschlecht, hat mir mein ganzer Chat gesagt. Ja, du bist todschlecht, hat mir mein ganzer Chat gesagt. Ich war mal ein Fortnite-Pro. Ich war mal ein Fortnite-Pro. Reezy, ich habe sehr viel Respekt vor dir, aber ich glaube nicht, dass du gewinnen kannst. Mann, du bist komplett dumm, du Stück Scheiße, Digga, du kriegst schlechtes Karma. Alles gut, Spyro. Komm mir leid, ey, riesen Respekt. Ich werde jetzt todscheu haben. Zehn, drei, wenn ihr jetzt acht Wins basically in a row macht, gebe ich euch 500 Subs each, okay? Okay. Er weiß nicht, dass ich meinen Bruders FCS-Winner... Er fickt mich. Hab ihn geconed. Sein Bruder ist echt der FCS-Winner auf einmal. Ja, ja, oh mein Gott. Mein Bruder ist Versager. Mein Bruder arbeitet bei Penny an der Kasse. Hallo! Hallo, er zweit, bitte! Er zweit, alles rein, ich lenk ihn ab. Komm, 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 komm zu mir. Oh mein Gott, ein Lucky Pump. Er war so wie Lovers. Ich bin dazu jetzt noch. Er hat noch einen Nachteil, geil. Nee, ich bin auch die ganzen Moskau. Ich weiß nicht, was so ein Nachteil ist. Er ist bei mir. Er zieht die Wand. Raus da, raus da! Ich bin weg weg. Ich bin weg weg. Ich bin hoch in den Himmel. Hilfe erfrisst mich. Bitte helfen. Nicht, nicht weg 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 weg. Geh' aus! Hilfe, Hilfe, bitte, bitte! Er pickax' mit mich! Digger, bitte! Schieß doch nicht meine Wands kaputt, Hugo, Digger! Darf ich Grappler benutzen? Ja, ne? Nein! Wie nein? Ja, okay, dann halt auch die Pupp. Halt doch dein Maul, Dicker. Lass rennen, lass weg, wir rennen direkt, wir rennen direkt, wir rennen direkt, wir rennen auch weg. Dicker, er war auf einmal in mir, er boxt mich die ganze Zeit, Dicker. Ich bin sein Hund an der Leine, er fühlt mich gassi. Ich kann nichts tun. Ja, ja, hier, hier. Nein. White, 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 white. Yes, double white, double white. Alles rein, alles rein. Das ist bei mir, bei mir. Er hat mich. Der hat sich Lagerfeuer. Bist du nervös? Nö, nö. Hör nicht auf den. Ich bin am nebenbei mit meinem Helper. Hör nicht auf den! Ich mach den so nass, Dicker. Ach, Dicker, er hat GG. Oh, Dicker, denk nicht, dass du ihn mit Editing ficken wirst. Ich bin gerade in meiner Prime. Lass mich raus! Ich muss deinen Prime kriegen. Ich muss gepicken. Ich muss gepicken. Ich muss gepicken. Ich muss gepicken. Ich kann rein, ich kann. Ich fülle es ihm. Er one-pumpt mich, Dicker. Er one-pumpt mich. Scheiß-Länder. Komm her! Oh, Gott! Dicker, wir lassen uns gerade von einem Lennart 800 Euro aus der Tasche ziehen. Lauf. Er hat doch nicht betont. Komm zu mir. Ich bin da. Was fielen? Warte, was ist der Score? Ähm, 4, 2, 1. Oh! Hab ich ihn! Oh, mein Gott, das war geisteskrankt. 150! Hinterher. Ich weiß nicht, wo er ist. Über dir. Es ist bei mir, es ist bei mir. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Hä, ist es über dir? Dicker, ich hab zu viel gechokt. Es ist hier, es ist hier, es ist hier. Er nimmt mich, er nimmt mich. Nein! Ja! Weiter, Hugo, weiter. Wieder in eine Box. Wir müssen ein Lucky Pump hitten und dann ist er down. Das ist... Er benutzt die gleichen Hände wie wir. Er hat auch nur fünf Finger. Er kann nicht mehr machen als wir. Du musst da so denken. Oh, mein Gott. White, white, laser. White, laser, it's white. Push, 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 it's white. Lass mich nicht hier, lass mich nicht hier. Achtung. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Du bist zu da. Lass einfach so lange, es wird besser keine Betten mehr. Ich bin unten. Okay, Spray weiter. Ich komm hoch. Ja, komm zu mir. Ich, ich, ich pop, ich pop mir nicht. Ich muss weg, ich muss weg. Er hat mich genascht. Er ist oben bei mir. Er frisst meinen Arsch gerade. Er isst meinen Arsch aus. Er löffelt mich. Komm zu mir, komm zu mir. Ich bin sein Pudding. Komm zu mir. Ich hab keine Betten mehr. Ich bin out of Betten. Digga, sag das doch nicht. Ich hab noch 200, 200. Alles easy. Ich replace, ich replace. Halt das. Ah, keine Ahnung. Hä? 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 Er zaubert. Mann, Digga, er springt durch unsere Wand und fickt mich. Ich vergesse, dass er nur pop hat, Digga. Weg, 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 weg. Er fickt mich, er fickt mich. Er fickt mich. Nimm mal hier, nimm mal hier. Hab die gegeben. Das ist over, Bro. Ich hab keine, ich kann nichts machen. Er hat alle Wände. Warum hat er alle Wände? Ich sitz 7-3, wir verlieren unseren Puffer, Bro. Digga, lass uns gehen. Lass uns einfach gehen. Ja, er steht nicht mehr drin, Digga. Er ist schon wieder alle Wände. Ich schwöre ich. Ich, 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 ich schwimm weg. Tschüss. Ja, er macht, Digga, er macht Klipp mit mir. Ich mach ein Schwimm-Duell. Er, er, er kann nicht schwimmen. Er kann schwimmen. Er hat schwimmt begonnen. Ich geh auf Range. Was machst du denn? Das war so smart. Aber das ist halt echt nicht dumm. Ich müsste die ganze Zeit wegkommen, aber ein von uns wird halt immer sich schnappen. Mann, Digga, ich kann auch, Mann, ich bin so scheiße. Ich hasse mich. Ich hasse alles, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Keiner ist stolz auf mich. Keiner mag mich, Digga. Keiner. Keiner. Mein Vater hat mir gerade auf WhatsApp geschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Und meine Mutter hat geschrieben, bin ich stolz auf dich. Du bist nicht mehr mein Sohn. Er steht drin, er steht drin, er steht drin, lass dich töten. Hä, Digga, gib mir von einer Bombe wieder. Ich hab Blödsinn. Ich schütze, ich geh weg. Bitte lass mich weg. Bitte lass mich weg. Bitte tu das nicht. Mach mit Gnade, Mann. Digga, ich verliere 400 Euro gerade. Das ist ein halber Tag streamen, Jungs. Geh weg, du musst weg von ihm. Ich kann nicht, er frisst, er rennt immer mir hinterher und edit ist alles weg. Digga, er hat Peilsender in meinem Arsch oder so. Peilsender. Er hört mich über ganze Map, ich check es nicht. Hugo. Mann, Digga, er nimmt uns so hoch. Ich will gar nicht wissen, wie Stege sich gerade fühlt, Digga. Der sitzt da gerade in seinem Scheißloch mit seinen... Oh. Wollt ihr danach triple ohne Waffen? Auf gar keinen Fall. Da bin ich dabei. Und wenn er uns pickaxelt... Nein, das ist unmöglich. Nein, nein. Ich ficke mich. Es sind 9,3. 9,3. Er rennt direkt zu mir, Digga. Er sieht das Lamm, er frisst mich auf. 140 Einsshots. Oder 120. Ich gehe reinkirren. Pusche ihn, pusche ihn. Er hat eine Falle gesetzt, er ist weit, er ist weit. Achtung, Trap, Achtung, nicht da gehen. Hab gereplayt. Ja. Auf Abstand und mit der SMG. Er ist auch nur ein Hund. Jawoll. Er ist ein Chihuahua, Digga. Und er knäfft. Wir sind Pitbulls, Digga. Er fickt mich. Er fickt mich. Ich bin eine Ameise. Digga, er macht mich. Mann, ich bin kein... Du bist ein Chihuahua. Du bist ein Chihuahua. Du bellst. Du bellst. Der Chihuahua ist dem Pitbull in die Eier gebissen, Digga. Mann. Ich verspiele halt gerade mein Erbe. Oh mein Gott. Mann, ich konnte nicht mehr bauen. Abstand, Abstand, Abstand. Abstand, Abstand. Dehn, Fünf. Dehn, sehr kleine Früchte. Er hat uns einen gegönnt. Ich gewinne die Runde. Geh weg, geh weg. Geh weg. Kann ich erst in mir drin, Bro. Komm, du komm, meine Richtung. Komm, du komm, meine Richtung. Okay, ich geh. Ich muss schießen. Er kann nur passen. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Lass mich auf Abstand. Seh mir drin. Er ist, er ist, er ist, er ist, er ist, ich habe die Kampel gegeben, glaube ich. Nein, ich tap aus. Er ist, er kann nicht editieren, erst so gut wie du auf einmal. Das war, das Ding ist over. Ich will das lernen mit dem Schießen, wenn die Wand noch da ist. Erkennen wir das noch ein bisschen bei der Rögen-Minute, ich check das nicht. Ja, kann ich nicht machen. Das ist eigentlich so, du musst auf die AP von der Wall achten. Ah, Pitbull. Irgendwie mal das Ding, Pitbull ist drin. War alles gut. Das kann nicht sein, Digga. Du wirst halt auf die AP von der Wall achten und genau dann musst du schießen und dann wiederplacen einfach. Irgendwie habe ich jetzt ein Teemate, aber ihr habt verloren. Wie sieht es aus bei euch? Nochmal verdoppeln oder? Ich muss jetzt wieder erst mal drei Wochen schuften, um das wieder reinzukriegen. Digga, ich muss jetzt erst mal Edeka, ich muss an die Kasse. Es war wirklich knapp, ich hätte es nicht gedacht, dass es so knapp wird. Warum ist der Team Kau? Ich verstehe es einfach nicht. Ich schwöre, Digga, wir haben uns hier rein mit Gersleit und lassen uns essen. Nein, Digga, der ist so bei der Erste, der gesagt hat, okay, nee, lass wetten, lass wetten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht und dann, also ich würde sagen, 150 Subs, 3-1. Puh, dann hast du echt eine Chance. Aber wen kriegen wir? Wen wollt ihr? Ich möchte Vardial. Ich möchte Vardial haben. Ja, nee. Ich gebe Reason. Nee, ich will Reason geben, bitte. Nee, ich will. Mann, ich kann doch nicht 100 Subs geben. Doch, kannst du. Mann, das ist dann noch demütigender. Das sind 400 Euro.